Hinter mir seht ihr den größten Reifen Europas und der steht hier bei Reifen Göggl. Heute starten die Firmenerlebnistage und ich bin schon gespannt, was mich hier erwartet. Bis zum nächsten Mal. Der erste Firmenerlebnistag hat echt Spaß gemacht. Jetzt bin ich wieder im Büro angekommen. Zum Schluss habe ich noch ein kleines Bild für euch. Bis zum nächsten Mal.